Was ist Oper? Oper ist, wenn einer mit einem Messer im Rücken nicht stirbt, sondern singt. Oper ist, wenn sich der Tenor und der Bariton um die Sopranistin prügeln. Opernaufführungen sind endlos, langweilig und verstaubt. So kann man sich täuschen. Immer samstags, live aus der Metropolitan Opera New York und live hier im Kino. Zehn große Opern mit den berühmtesten Opernstars der Welt, in nie gesehener Qualität. Über zwei Millionen Besucher ließen sich bisher begeistern. Opern erleben, live aus der Metropolitan Opera, live im Kino. Oper ist ganz großes Kino. Opern erleben, live im Kino. ierhe.